Ein herzliches Willkommen zurück hier in Black Mirror 3, mittlerweile Kapitel 6 und es geht dem Ende zu. Ich denke Kapitel 6 wird das allerletzte Kapitel sein. Und wir haben ja schon beim letzten Mal festgestellt, wow, hier kommt ein richtig geiles Feature zustande und zwar hier der Wechsel. Also wir haben ja hier das Inventar von ihr und das Inventar von ihm. Und das erhöht natürlich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen, weil wir ja quasi alles, was wir interagieren können, zweimal interagieren können. Was ich mich jetzt frage ist, haben wir auch zwei verschiedene Bücher? Ah, sie hat keins, nur er hat eins. Okay, wir schauen mal eben ganz kurz rein, was wir hier so finden. Es ist noch nicht vorbei, ja, Geheimgang, genau. Wir haben durch den Geheimgang entdeckt, beziehungsweise wir haben eine Stelle gefunden, an dem wir einen Geheimgang vermuten. Warum gibt es in den alten Schlössern eigentlich immer Geheimgänge? Das Schloss haben doch Mordred und Markus zusammen erbaut, wenn auch erst als kleinen Burgfried. Später hatte Markus es weiter ausgebaut und mit Schutzvorrichtungen aufgerüstet, um das Geheimnis zu bewahren. Oder ist der Gang aus späteren Zeiten? Tja, ich würde einfach sagen, wir gehen mal hin. Ich bin mal gespannt, ob sie mitkommt. Kommt sie mit? Nein, das heißt, wenn wir hier klicken, dann sind wir bei ihr wieder. Okay. Schauen Sie sich das einfach mal an hier. Hm, da brauchen wir wohl den richtigen Schlüssel. Genau, sehen wir das nochmal? Genau, das wollte ich nämlich mal angucken. Keine Ahnung, was hier reinpasst. Irgendwas Zahnradmäßiges. Wir haben natürlich nichts da. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat alles irgendwas mit dem Keller zu tun. Ich weiß jetzt nicht warum. Lass uns mal da hingucken. Lass uns mal da hinschauen. Hier, dieses Ding hier. Denn soweit ich weiß, waren wir da noch nie unten mit ihm. Also, zumindest in Black Mirror 3. Es ist zu dunkel dort unten. Genau, wir brauchen Licht. Wir hätten ein Verlängerungskabel. Das haben wir eigentlich hier rausgeholt. Ich weiß gar nicht, für was wir das Verlängerungskabel je geholt haben. Lass uns mal eben schauen. Das kann man nicht nehmen. Schade, weil das wäre perfekt gewesen. Haben wir denn hier noch was irgendwie übersehen? Oh, okay. Manchmal bin ich dann doch ein bisschen zu hastig, was das Klicken angeht. Ah. Ja, stimmt ja. Das ist mal so der Nachteil. Wenn man kurze Pausen hat, man vergisst die Kleinigkeiten. Das ist eh die Frage. Können wir einfach so mit ihm agieren? So ihm das quasi geben? Okay, es scheint zu funktionieren. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man das aufbekommt? Ich meine das Geheimfach auf der Unterseite. Scheint ein sehr komplizierter Mechanismus zu sein. Ja, okay. Naja. So geht's natürlich auch. Endlich mal eine gute Idee. Und das ist alles wortlos. Was haben wir da? Ein Schwertgriff? Ein goldener Schwertgriff aus Victorias Schmuckkästchen. Er ist mit vier Edelsteinen, wahrscheinlich Rubinen verziert. Es gibt noch eine fünfte Fassung, aber dort scheint der Stein zu fehlen. Okay. Mich würde es nicht wundern, wenn dieses Prachtexemplar da reinpassen würde. Aber wie sie selbst schon gesagt hat, es fehlt ein Stein. Der Schwertgriff passt ganz ausgezeichnet, aber es passiert nichts. Weil natürlich der Stein fehlt, die Frage ist. Also ich bin mir sicher, das hat was mit dem Keller zu tun. Ah, wo kriegen wir nur Licht her? Haben wir draußen noch irgendwie so einen Baustrahler oder irgendwie sowas in der Art? Draußen. Was? Draußen regnet es in Strömen. Ich bleibe lieber im Schloss. Okay, das ist schon mal der Hinweis. Auch nicht schlecht. Wir können nicht raus. Also muss das Rätselste Lösung irgendwo hier im Schloss sein. Im Keller waren noch alte Fliesen gelagert. Hätte sie nicht jemand von damals aufbewahrt, hätte der gesamte Boden neu verlegt werden. Okay, interessant. Ich wollte, dass der Schutt in der Halle gelagert wird, damit sich die Jugendlichen, die sich... Ich habe aber nicht daran gedacht, dass es so viel... Ich sehe keine Möglichkeit. Genau. Unter dem Grundstein war früher der... Alles relativ unwichtig. Wappen, Globus. Okay, Ausgang, Treppe, T-Zimmer. Haben wir da was übersehen? Ah, das hier. Schwarzschimmel. Laut Greg kommt der vom Löschwasser, das einen hervorragenden Nährboden für Schimmelpilze bietet, wenn es erst in die Wände gezogen ist. Da haben wir schon letztes Mal probiert, mit dem Messer hier irgendwas anzurichten. Greg wollte die Standuhr reparieren. Pferde mochte ich nicht mal. Gut, wir wissen, dass es ein Geheimfach ist. Wir können nach wie vor damit agieren. Ich möchte mal Derek's Meinung... Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz... Ich nehme mir eine Handvoll Streusalz mit, falls ich mal einer Oma über eine gefrorene Straße helfen muss. Okay. Dann nimm mal den... Eine Handvoll. Das sieht eher aus, als es den ganzen Eimer geleert. Okay. Können wir das Kabel nicht wieder reinstecken? Das würde gehen. Wir haben es doch nie gebraucht, oder? Wir haben es echt nie gebraucht, soweit ich weiß. Bringt natürlich nichts ohne Licht, ne? Schön, aber wir haben... Aber wir haben halt keinen Strahler. Aber es war schon mal richtig... Die richtige Idee. Wir müssen den Strahler hier irgendwo finden. Will er raus? Der will auch nicht raus. Das ist super. Also hier pfeifen. Warte mal. Ich weiß nicht warum, aber das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf, dass ich jetzt hier einfach Salz draufstreue. Nein, geht nicht. Okay, schade. Was sagt er dazu? Dieser schwarze Schimmel breitet sich immer weiter aus. Und das in einer beängstigenden Geschwindigkeit. Hm. Können wir eigentlich ein Gespräch führen? Valentina? Oh, ja, tatsächlich. Ja? Der Raum, in dem Mordred auf mich übergegangen ist. Wissen Sie darüber etwas? Was für ein Raum war das? Eine Art... Ritualraum. Überall Totenschädel. Ein Thron. In der alten Akademie hat man einen Ritualraum untersucht. Doch sämtliche Aufzeichnungen gingen bei einem Brand um 1512 verloren. Und damit das Wissen um ihn. Also, nein. Ich weiß noch weniger darüber als Sie. Hm, okay. Was ist dieser Black Mirror nun eigentlich? Wir nehmen an, es handelt sich um ein Portal. Und wohin führt es? Das weiß niemand so genau. Und es zu erforschen, ist gefährlich. Mordred hat es versucht und ist im Black Mirror verfallen. Laut Papst Innozenz soll es das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern. Was wir sicher wissen ist, dass es älter ist als alles, was es sonst auf der Erde gibt. Ich dachte, es wurde vielleicht von heidnischen Druiden erbaut oder so. Es ist noch viel, viel älter. Die Druiden benutzen es für Zeremonien, das ja, aber sie haben es definitiv nicht erbaut. Es steht dort seit Anbeginn der Zeit. So heißt es. Verdammte Scheiße, und was ist es nun? Wir können nur Vermutungen anstellen. Der Spiegel zieht das Böse an. Oder wie soll ich sagen, saugt es auf. Alten droidischen Schriften nach gab es immer wieder Menschenopfer. Der Altartisch vor dem Black Mirror Portal soll schon damals von jahrhundertealtem Blut getränkt gewesen sein. Die Seele des Opfers wird in den Spiegel gezogen, aber nur, wenn sie absolut böse ist. Die Seele eines guten Menschen findet keinen Eintritt in den Spiegel. Er scheint so etwas zu sein wie, ja, wie... Das Tor zur Hölle vielleicht? Ja und nein. Nicht nur ein Tor, wirklich auch ein Spiegel. Ein Blick hinein verrät das Innerste. Er spiegelt die Seele wieder. Für jeden sichtbar. Was wohl der Papst sehen würde, wenn er da reinguckt. Und die ganzen Würdenträger der Welt. Kein Wunder, dass der Zugang bewacht werden muss. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wieso sehen wir uns das Ding nicht einfach mal an? Rein wissenschaftlich, meine ich. Das Böse kann auch aus dem Spiegel ausbrechen. Es wirkt hinaus. Sie spüren doch selbst seine Macht. Wer empfänglich ist, wird zum Bösen verleitet. Deshalb ist das Leben im Schloss so gefährlich. Es steht genau im Wirkungsbereich. Mordred wurde verändert. Verändert. Der Funken Bosheit, der immer schon in ihm glommen, wurde zum lodernden Feuer entfacht. Er hat alles daran gesetzt, die Öffnung des Portals zu erwirken. Gerüchte sagen, dass er den Mechanismus fast gefunden hatte. Okay, das erklärt so einiges, zumal wie alle böse wurden. Zum anderen aber auch, was dieser Spiegel überhaupt für einen Sinn macht, sag ich mal. Auf der einen Seite ist es so eine Art Gefängnis für böse Wesen, weil man hat ja gehört, man schaut in diesen Spiegel. Man sieht seine eigene Seele und je nachdem, wenn man böse ist, wird man hineingezogen. Gutes hat doch keinen Eintritt. Also ist es eine Art Gefängnis, aber gleichzeitig sucht es sich auch Personen raus, die sehr empfänglich für diese böse Art ist, um sie dann zu beeinflussen. Also sehr, sehr strange genau. Und man sieht ja selber, sie selber kann auch nur das wiedergeben, was man ihr erzählt hat. Ich bin gespannt, ob man da noch genauer drauf eingeht. Ich meine, naja, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgeht, aber da könnte man ja schon noch einiges drauf aufbauen an Geschichten, ne? Irgendjemand hinterlässt mir seltsame Botschaften mit Hütertugenden. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Die habe ich geschrieben. Es waren Prüfungen, um herauszufinden, ob sie trotz des Fluches der nächste Hüter werden können. Ich bin davon ausgegangen, dass es außer Victoria nur noch Angelina gibt. Die war aber nirgends zu finden. Die Zeit wurde knapp. Victoria lag im Sterben. Sie war die letzte Hüterin. Es musste gehandelt werden. Als wir hörten, dass sie behaupteten, an Gordon und unschuldig zu sein, änderte der Vatikan seinen Plan. Wir mussten sicher gehen, dass sie immer noch eine reine Seele haben. Und sie haben die Prüfungen alle bestanden. Aber... aber sie waren doch gar nicht da! Stimmt. Ich war nicht da. Alles klar, Miss Undercover. Okay, dann haben wir immerhin schon mal das Rätsel gelöst. Ich glaube, wir brauchen noch etwas, damit der Schwertgriff hier funktioniert. Es funktioniert nicht. Meinst du, es liegt an dem fehlenden Edelstein? Gut möglich. Fragt sich nur, wo dieser Stein ist. Er kann überall sein, auch seit Jahrhunderten verschollen. Das glaube ich nicht. Wenn der Schlüssel schon seit Ewigkeiten kaputt ist, warum hat ihn Victoria dann versteckt? Nein, ich denke, es ist Absicht, dass der Stein fehlt. Eine zusätzliche Sicherung. Weißt du, was ich meine? Ja... ja, aber wo sollen wir anfangen zu suchen? Hat Victoria dir irgendetwas gegeben, bevor sie starb? Ein Familienerbstück? Schmuck? Einen Siegelring? Mir nicht. Aber Angelina... Was? Ihr Armband, sie hat es mir gezeigt. Ja, ich erinnere mich ganz genau. Dort waren auch Rubine dran. Vielleicht brauchen wir einen davon. Und wo ist dieses Armband jetzt? Im Asservatenschrank der Polizei. Dann hol es. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, mal eben da einbrechen. Alles klar. Äh... Ja gut, dann mal los, ne? Ja. Wenn das mal gut geht. Diesem Pisswetter. Seltsam. So ruhig war es hier noch nie. Okay, ja, das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und hier... Die Telefonzelle ist abgeschlossen. Wird hier noch... Okay, schade. Ich wollte nämlich hier... Weil wir wissen ja, pro Kapitel können wir hier was machen. Jetzt geht das nicht. Ich überlege gerade... Oh, ich... Das möchte ich eben kurz testen. Wir haben ja... Selber... Ein Telefon hier. Ob wir es nutzen können. Ich möchte es einfach tun. Weil ich weiß, wir schalten da jedes Mal was frei. Und mich interessiert einfach, was passiert. Und es funktioniert sehr gut. Aber ich glaube, wir haben ein Kapitel übersehen. Also fünfte haben wir, glaube ich, übersprungen damit. Dummerweise. Hallo, Madame Fortuna. Adrian, ich musste Sie rufen wieder an. Wer auch sonst. Ziehen Sie eine Karte. Ähm... Stopp. Ich habe die Karte des Todes gezogen. Warum wundert mich das jetzt nicht? Adrian, mache ich keine Sorgen. Nein, der Tod bedeutet, dass Sie sich von alten Bindungen lösen werden. Sie werden eine Transformation erleben. Na, das muntert mich jetzt sehr auf. Und... Ich sehe... den Tod. Ein Gewinner. Ein Blitz fährt auf Sie hernieder. Äh... Stopp. Nochmal die Karte des Todes. Adrian, die Karten korrigieren mich. Ich sehe eine Sintflut, die Sie ersticken wird. Ach nein. Noch eine Todeskarte. Adrian, ich sehe... Dunkelheit. Sie werden von der Dunkelheit verschlungen. Äh... Wie viele Todeskarten haben Sie eigentlich in Ihrem Spiel? Im großen Arkana? Nur eine. Oh. Ich habe hier mehrere Taros durcheinander gebracht. Das muss gestern passiert sein. Oh. Entschuldigen Sie, Evrien. Ich muss dringend jemanden zurückrufen. Okay. Das war ja sehr strange. Was würde passieren, wenn wir nochmal... Für heute habe ich genug von Ihnen. Okay, alles klar. Gut, dann zum Diebstahl zurück. Also ich weiß nicht, wie wir da rankommen sollen. Adrian. Das ist ein gutes Zeichen, wenn er nach uns ruft. Es ist geschafft. Der Fall ist durch. Ich konnte den Richter mit diesem Brief von Angelina vollständig überzeugen. Eine gute Nachricht. Viel mehr als das. Und? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Och, da gibt es so einiges. Was haben wir hier? Versetzung. Okay. Wir gehen jetzt mal auf den Edelstein ein. Jetzt, wo der Fall aufgeklärt ist, werden die ganzen Beweisstücke doch nicht mehr gebraucht, oder? Theoretisch nicht mehr, nein. Dann wäre es auch kein Problem, wenn ich das Armband wieder bekäme. Sie wissen schon, ein Familien-Ernstück. Ich kümmere mich drum. Danke. Zack! Das ging einfach. Nicht einstecken, so soll es es uns geben. Bitte sehr. Okay, das war wirklich sehr, sehr einfach. Dann fragen wir halt eben noch nach der Versetzung. Wie sieht es mit Ihrer Versetzung aus? Die liegt jetzt auf dem Tisch meines Chefs. Und wie ich den kenne, lässt er mich noch eine Weile zappeln. Aber früher oder später ist die Sache durch. Wiedersehen. Wohl an, Milard. Tja. Gut. Dann schnell zurück. Theoretisch können wir uns beide da treffen. So, einmal wechseln. Bringen wir sie auch hierher. Dann wechseln wir wieder und... Das Armband ist ein altes Familien-Erbstück. Ja, ja, schon, aber du musst ja das irgendwie wegkriegen davon. Geht das einfach so? Hier, war ganz einfach. Das sind wirklich dieselben Steine. Jetzt müssen wir nur noch einen unversehrt herausbrechen. Ähm, ja. Na ja, unten im Keller ist Werkzeug, das weiß ich. Da gab es zumindest einen Schleifstein. Und ich würde nicht wundern, wenn es da noch mehr Sachen geht, äh, gibt. Wir können jetzt ja das Schloss wieder verlassen. Ähm, ich schau mich mal hier draußen um. Da ist rein gar nichts. Vorderseite. Irgendwo muss doch ein Licht sein, aber... Hm. Okay, dann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von ihm Licht bekommen. Wenn, dann vielleicht eher von... Von hier? Hier haben wir halt keinen Laden so gesehen. Außer wir klauen uns aus dem Museum raus. Falls da was ist. Um diese Uhrzeit hat das Museum schon Licht. Okay, ja, das stimmt. Ähm, hier vielleicht irgendeine Kisten? Ne, können wir nichts auswählen. Da war ja auch nichts. Ein Café macht es keinen Sinn. Geschäftsbedingt. Okay. Der Laden hat schon geschlossen. Okay, auch geschlossen. Dann fangen wir doch jetzt mal hier. Gehen wir mal nach hinten. Irgendwo muss ja... So eine Art Baustrahler, sag ich mal, sein. Ist echt ärgerlich. Wir haben in der Küche ein... Äh, nicht in der Küche. Wir haben... Oben... Einen stehen. Können aber den nicht benutzen. Vielleicht mach ich... Stell ich mich auch grad einfach nur... Dümmer an, als es geht. Gehen wir nochmal hoch. Vielleicht ist er ja jetzt irgendwie freigeschalten. Weiß ja noch nicht. Vielleicht wollte man einfach nicht... Dass man schon so früh... Äh, da runterkommt. So. Also, hier ist definitiv nichts. Ich hab auch hier so gesehen... Achso, warte mal. Vielleicht steht unten ja schon einer. Und ich muss nur mit dem Feuerzeug runter. Nein. Hat sie ein Licht? Sie hat nur den Schwertgriff und Streichhölzer... Äh, und Dektiergerät hat sie noch. Okay. Okay. Okay, das geht auch nicht. Es ist zu dunkel. Ja, du willst dir Licht besorgen. Okay. Ich kann mir echt vorstellen, dass da unten vielleicht sogar Licht ist. Wir brauchen nur irgendwie was, um da runter zu kommen. Hm. Da war auch nichts drin, oder? Hier? Nee, hier ist gar nichts. Viktoria im Zimmer war auch nichts, glaube ich. Wir durchsuchen uns einfach mal alles. Äh, auch hier können wir nichts mehr machen, tun. Hm. Im Schränkchen ist... Jede Menge Fotos meiner Familie. Ich fühle ein Grablichter vor. Und was haben wir da noch? Einen Zang? Ja, die nehme ich mit. Oh. Und die Kerze auch. Ja, also. Geht doch. So, und jetzt könnten wir doch theoretisch das anzünden, oder? Ein Licht für die Tore. Sehr schön. Ich denke, das war vielleicht das Rätsel's Lösung. Zum Glück haben wir nochmal alles schön durchsucht. So wie es sich in einem richtig schönen Adventure gehört. Jawohl. Sehr schön. Da ist jetzt das Verlängerungskabel. Und da ist der Strahler. Ein Baustrahler, wie sie ihn. Ja, wie kann ich jetzt den nehmen? Hier, da einstecken? Hier ist das Ende des Verlängerungskabel. So. Na. Und da einstecken. Come on. Energie. Genau. Okay. Shit. Hier hat's auch schon einiges runtergekracht. Okay. Ein Stromanschluss für die Pumpe. Ich denke, das ist der Stromanschluss für die Wasserpumpe. Da ist ja nur ein Pol. Funktioniert das Ding etwa mit Gleichstrom? Sieht wohl so aus. Dann frage ich mich, wo man den anderen Pol anschließt. Hä? Okay. Das ist ja merkwürdig. Vielleicht in dem Drahtseil. Das Drahtseil ist fest um die Rohre gewickelt. Ich schätze, es diente als Erdung für die Wasserpumpe. Schön. Oder es ist der zweite Pol. Wahrscheinlich eher der zweite Pol. Die Frage ist nur... Ich stecke das Kabel in die Klemme an der Pumpe. Mhm. Also wo können wir den anderen Pol abgreifen? Das ist eine gute Frage. Wo können wir den Pol abgreifen? Zumal das Kabel jetzt nicht sehr lang aussieht. Oh, halt. Oh, ich habe jetzt nicht geklickt. Das Stromkabel hängt jetzt durch das Gitter hindurch ins Wasser. Ähm, okay. Das war jetzt Zufall, dass das gerade passiert ist. Hier ist eine Pfütze. Das heißt, wir müssten jetzt irgendwie... ...das Wasser hier unter Strom klatschen. Schlagstromkabel. Äh, ja. Okay. Hoffentlich geht das jetzt nicht schief. Von der Decke baumelt ein dickes Stromkabelknack. Greg hatte recht. Ungefährlich ist... Uh. Wenn ich kein Ex-Physik-Student wäre, würde ich so eine Aktion Selbstmord nennen. Ja, ich auch. Das Kabelende hängt jetzt direkt im Wasser. Okay, ich hoffe, du bist... Ich weiß nicht, ob da Strom drauf ist. Wahrscheinlich nicht. Wir probieren es mal. Ich weiß nicht mehr, warum ich das mache. Damit kann man die Pumpe ein- und ausschalten. Ich kann mir damit theoretisch den Keller auch langsam oder schnell wieder vollpumpen. Mhm. Da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Jetzt ist die Frage, wo schalten wir den Strom an? Für das Kabel... Ich schätze mal, das ist der Hauptschalter für den Strom im Keller. Ah, ja. Wer braucht schon Sicherungen, wenn er so einen großen Hebel hat? Na, aber echt. Hau rein. Der Strom ist an. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete und was ich anfasse. Ja, die Frage ist, äh... Äh, äh... Wir speichern mal aus Sicherheitsgründen. Ne? So, wie gewohnt machen wir hier eine 7 rein. Ach, jetzt geht das nicht über Nummer-Unfälle. So. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht da übers Wasser. Nein, du es nicht. Okay, er tut's. Und es funktioniert. Das ist merkwürdig. Es leuchtet. Hm. Die Konstruktion funktioniert. Aber es kommt fast kein Strom an. Das Wasser leitet... Ach, deswegen das Salz. Das bindet die ganzen Moleküle noch. Du stehst halt echt auf der falschen Seite, Kollege. Auf Pfeffer und Rosmarin verzichte ich. Okay, warum man da einfach rüberlaufen kann, verstehe ich nicht. Das leuchtet doch jetzt stärker wie vor, oder? Ja. Okay. Das sieht gut aus. Ein Hoch auf die Elektrizität. Okay, aber was habe ich davon? Ich blick's gerade nur. Muss ein ziemlich schwerer Wassereimer sein, wenn man dafür so eine kennt. Okay. Dorthin? Ich schalte mal noch mal wieder aus. Der Strom ist wieder aus. So. Aber was... Hä? Ich habe jetzt die Pumpe einmal angemacht, aber für was? Hier stehen zwei riesige Wasserbecken. Keine Ahnung, was das für Rohre sind. Das ist wohl die Wasserpumpe, mit dem sie das Löschwasser abgepumpt haben. Ein richtiges Hund wundert mich, dass das Ding überhaupt noch... Okay, er schreibt irgendwas. Mal gucken. Ähm. Besteht hier irgendwo was über irgendeine Pumpe? Wenn ja, keine Ahnung für was. Macht hier wenig Sinn, ne? Geheimgang, Geheimgang. Bla, bla. Ich bezweifle, dass wir mit der Pumpe irgendwie das Ding hier machen können. Ein Rubin reicht. Okay, vielleicht, weil wir jetzt den Geheimgang benutzen, kommt da ähm... ...gripische Wasser, aber wir haben es ja gerade schon ausgepumpt. Vielleicht klappt es ja. Mal gucken. Wir gehen... Wir gehen mal rüber. Sie müsste ja noch da nicht stehen, hoffe ich doch. Wäre sonst doof, wenn nicht. Kommt noch mal ein bisschen schneller, Kollege. Ja, da ist sie. Bitte schön. Dann wechseln wir und gehen hier rüber. So. Mal schauen, was passiert.